Das Lied, das Sie jetzt hören, meine Damen und Herren, haben Sie bestimmt sehr oft gehört. Es gibt so viele Versionen, es gibt auch deutsche Übersetzungen. Es handelt sich um eine Poesie von José Martí, eine Liebeserklärung an einem Land. Untertitelung des ZDF, 2020 Guantanamera, Guajira, Guantanamera Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020